Das ist eine Riesenehre, so was machen zu dürfen. Das ist das wohl bekannteste Musical überhaupt in der Geschichte der Musiker. Ja, ich habe schon ein neues Bild mehr erarbeitet, das ist ja ganz klar. Trotzdem weiß man natürlich um das Ikonografische einzelne Momente in so einer Geschichte wie Esket zum Beispiel. Das ist vielleicht das My Fair Lady Bild. Eigentlich habe ich dann festgestellt, dass ich für mich persönlich eine andere Spielweise und einen anderen Inszenierungsstil vorstelle, als der Weg, der im Film gegangen wurde. Mein Vorbild sind eher so die früheren Musicalfilme aus den 40er Jahren, wo sehr viel mehr choreografisch gedacht wird, auch einzelne Solonummern auch sehr choreografisch artikuliert sind. Wir haben versucht, die Geschichte nicht im naturalistischen Sinne, sprich in einem Bühnenbild zu erzählen, wo man jeden Ort, wo die Szenen stattfinden, bebildert. Sondern wir haben versucht, einen Einheitsraum, vielleicht sogar einen Traumraum, einen Fantasieraum zu schaffen, wo diese Geschichte erzählt wird, diese Liebesgeschichte erzählt wird, in einer traumartigen Größe. Ihr Glück, das ist mir alles so vertraut. Fast wie ein Hut schon, den ich trage. Bevor sie kam, war ich ganz unabhängig. Ja, das weiß ich noch. Sicher könnte ich's, wenn ich wollte, wieder sein. Es wird eine musikalische Komödie, die sehr viel Slapstick-haftes auch haben wird, sehr viel Choreografisches. Sie können sich auf großes Theater freuen, mit viel Tanz, Opulenz. Also das, all das, was ich persönlich von einem Musical erwarte, auch an Opulenz in der Ausstattung, an Humor, an Leichtigkeit, das soll da alles drin sein. Keiner, es soll keine Belehrung des Publikums durch den Regisseur werden, sondern ich hoffe, dass alle sich blendend unterhalten, hoffentlich intelligent unterhalten. Wenn ich mit Freunden ausgehe, sind sie dann psan-tempisch? Niemals! Keine Frau! Nicht so ein wie wir!